Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Abend liebe Bewohner, es ist Mittwoch der 28. Februar 2024 und wir sind hier auf Wanda. Ach ja, wenn ihr euer Zuhause mit neuen Teppichen oder Tapeten gestalten wollt, Azizia besucht uns. Sie verkauft einzigartige Designs, die es sonst nirgends gibt, was sie wohl heute mitgebracht hat. So, das war's da noch viel Spaß, euch allen. Hör, meine Ohr ist wieder. Zu. Sooo So Das war's. Oh, jetzt hab ich grad beinahe die Schuhe vergessen, ne? Oh, jetzt hab ich grad beinahe die Schuhe vergessen. Früher hab ich immer Taschen vergessen, okay? So, kleine Post, dann können wir ja direkt zum Einkaufen gehen. So, jetzt hab ich grad beinahe. Oh, jetzt hab ich wieder. Oh, jetzt hab ich grad beinahe. Ein Prinzessin und Kleid. Grau, große Feeler. Machen wir jetzt ein Blau-Grün. So, haben wir, ich glaube, von den Mützen haben wir schon alles. Gucken wir mal nach der Kochmütze. Aha. Ich glaube, die Clowns haben wir schon. Und Pflaster habe ich nicht auch schon. Okay. Okay. Jetzt schauen wir mal nach den Samtualen. So. Und damit würde ich sagen, kann man zur Kasse gehen. Hm. Das war jetzt heute aber ein bisschen feier. Gut. Dann schauen wir mal bei uns in den Gräbel. Äh, was die Gräbel gerade so kosten. Okay. 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 Let's go. Okay. Ja. Ja. die haben Ich weiß er nicht. Und dann hat er 616. So krass. Gut. Ich glaube ich kaufe den Bär für... Für sie. Hier wieder 1. squirrelschiel. det war 1. Eisen, er ist die Nähmutter. So, wieder 7 Tage in Folge. Applaus Oha, wir haben es noch nicht. Cool, danke schön. So, dann würde ich sagen, können wir losgehen. Unsere, oh, warte mal, wir haben noch eine Anleitung. Gut, dann würde ich sagen, auf die Plätze, 15 Minuten, los. So, wir sollen mit den Nachbarn sprechen. Ah, Fische, Kaiserschnapper und Fossiliengestaltginge rum. Okay, gut. Spreche mit Babona. So, Babona 1. Das ist kein Babona. Gucken wir mal, ob wir hier einen Bewohner haben. Achso, ja. Gut. Dann haben wir die erste Quest, die haben wir erledigt. Würde ich sagen, holen wir uns angeln. Und Köder. Ausholen. Wollen wir denn überhaupt noch Fischfutter? Das sollte reichen. So, du bist zwar kein Kaiserschnapper, aber wir brauchen nur sowieso fünf Fische. Aber wir brauchen nur sowieso fünf Fische. Ich brauch so eine kleine Trommel für die. Ich kriege. Es ist einauss spielen. Vob Arau. ber that deer ist v Deiner hat. Woher hat es? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fuck you! Habe ich da auch noch was mitzureden? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Cool! Fuck you! Fuck you!!! Fuck you! Fuck you! Oh, Kaisershrappau. Ja, Tanschen. Miranon, Fisch. Miranon, Fisch! Machen wir mal die anderen zuerst. Stell dir Dinge um, lass auf was wir denn bestimmen. Lassen Sieg. Junker mehr. Jetzt bin ich wieder hinterher. Okay. Ja, das ist so schön. Leute, mein Lager ist schon wieder vorn. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt trommeln? Was ist jetzt deine neue Universalantwort? Was mache ich jetzt? 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 Leute, wir haben ein Problem. Ich habe immer noch keinen Kaiserschnapper. Bist du ein Kaiserschnapper? Was mache ich jetzt? Hallo Popgames. Vielen lieben Dank für dein Follow. Hallöchen. Barry, wie geht's dir? Bist du ein Kaiserschnapper? Ne, komm schon. Und? Nein, wie kommt? Haben wir eigentlich noch Platz in unserer Tasche? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich brauche nur einen Kaiserschnapper um mein Lager in Animal Crossing as well. Und die 15 Minuten dann gleich vorbei. in denen ich immer versuche meine Deli zu machen. Ich brauche mal ein bisschen Geld vergraben. So. Ja, tsching. Ja, tsching. Okay, ich glaube heute haben wir jetzt nicht gar nichts geschafft. So. So. Oops, ah. Oh no! Und Barry, was machst du heute noch so schönes? Ich hoffe, mein Vogel fühlt sich jetzt wieder nicht die ganze Zeit angesprochen. Ne, doch, wir müssen das sehen. So, ich hab mich schon verwehrt. So, nehmen wir noch Facilien an. So, wir müssen das sehen. Gut, dann. Hm. Also, wir müssen jetzt noch umgestalten. Und noch den Fischfang. Und irgendwie unser Lager wieder ausmisten. Oh no! Why? Wir haben ein Muschelkleid. Okay. Hm. So, dann tun wir mal die Muscheln direkt zu Fischfutter verarbeiten. Dann hätten wir wieder ein bisschen Platz gespart. Okay. Okay, aber jetzt kann ich das nicht machen. Okay. Okay. So, gucken wir mal, was wir alles doppelt haben. Okay. So, gucken wir mal, was wir alles doppelt haben. So, gucken wir mal, was wir gleich alles verkaufen können. So. 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 Jetzt wollen wir erst Sachen rausholen. So. So. Und den haben wir noch ein paar Mal. Den. 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 Auch die gleichen Farben. Haben ich vorhin jetzt die Palschen verkauft oder was? Die Palschen verkauft. Okay. Was ist das für so ein Trüffel, der so selten? Was ist das für so ein Trüffel? 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 einmal gehen wir noch überall durch und guck mal von kaiserschnapper fangen wir mal hier an und legen uns nach oben mal so eine flaschenkost schönes haben wir haben noch eine flaschenkostelle wir haben noch eine flaschenkostelle Ich muss immer noch von zwei Kreise aufziehen. Ja. Okay, ich glaube, wir machen eine andere Quest. Wir können ja noch einen Obstbaum fassen. So... ...bundel. Ach, Gott. So. 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 Dann reicht das für eine Make-A-Question für heute. Und wir sehen uns ein anderes Mal. Bis dahin, bye bye.